So, hier in Almaty hat das Training begonnen, Anlage wie gesagt wunderschön und es sind ein paar hundert Zuschauer da, 500, 800, 1000 vielleicht, vielleicht sogar 1500, schwer zu sagen. Morgen wird, ja das sind über 1000 auf jeden Fall, morgen wird es voll hier und zwar richtig voll, hören Sie sich das an? Das ist wie gesagt der erste Trainingssprung, Stimmung grandios. Und wir sind echt begeistert von dem was hier passiert, morgen ist hier Nationalfeiertag, 20-jähriges Gründungsjubiläum von Kasachstan, da wird dann noch eine ganze Ecke mehr los sein und morgen ist auch ein Wettkampf, Bedingungen toll, jetzt nächster Trainingssprung, aufgepasst. Das macht Spaß, mein lieber Mann, wir melden uns später nochmal.